Es ist ja quasi ein Fünf-Sterne-Resort an der Achtung-Gag-Kuppel-Kobana. Ja, nee, ist okay, ist okay. Aber ich hab einen Song, da werdet ihr ausrasten. An der Kuppel, Kuppel-Kobana. Ja, Sie denken wahrscheinlich jetzt, singen kann also auch nicht. Da haben Sie recht. Und warum soll man die lange Reise auf die Malle-Diven auf sich nehmen, wenn man Malle und Diven hier haben kann? Leute, ich glaube, die sind auch ready. Ich freue mich sehr. Hier sind unsere 30 Single-Ladies.